So, der Schilling meldet sich zurück mit einer neuen Folge von Let's Play. Shakes and Fidgets, sorry, ich muss das so lange ausziehen oder langziehen. Das ist einfach Schilling-Style, muss ich vor allem am Anfang machen, um wieder reinzukommen. So, ich habe jetzt hier immer geschrieben, Server 14, 17, 20 und RTL. Und werde diese Charaktere jetzt ein bisschen erklären, was ich mit denen vorhabe. Server 14, der ist ganz vorne immer, der ist auch der erste, den ich immer öffne, wenn ich die Alu mache. Ich mache sie auch am iPad, das ist sehr praktisch. Seit der abgekommen ist, kann man, ja, also am Handy Abenteuerlust klicken, ist einfach genial. Genau, das erspart auf jeden Fall sehr viel Zeit. Und jo, das, ich bin übrigens gerade in der, noch immer ein bisschen so in der Level-Bremse, die ja keine ist, aber irgendwie doch. Das heißt, ich bekomme weniger Erfahrungspunkte für Quests. Genau, Hauptserver, auf dem, wenn ich bei dem, also, ah, Schilling, das ist einfach Schilling, wenn ich den so sehe. Also wer den übrigens überhaupt faken möchte, Optionen. Bild ändern. So, ich mache jetzt hier irgendwas, so, schwupps, schwupps. Ich habe so viele Leute schon gesehen, die einfach das komplett falsch faken. Und das ist, das ist eine Beleidigung für mich. Wenn schon faken, dann aber richtig. So, Augen, passen sogar zufälligerweise. Die Augen brauen sogar auch, das ist so. Genau, Haare auch, was ist da los? Läuft bei dem? Hm, so, der Mund ist natürlich nur der, der und kein anderer. Dann die Nase. Diese da, was anderes genehmige ich nicht. Ohren, jawohl, die Größten. Ich muss ja hören, was die Leute über mich sagen. Interessiert mich zwar nicht, aber trotzdem. So, Haarfarbe, was denn sonst? Hier natürlich Kinn. Da kommen die Haare an der Seite raus. So, jawohl, und ich habe keine Sommersprossen oder was auch immer. Sondern nur so. Bitte, nur so, das bin ich. Das, das bin ich. So, nur das ist Originale. Originale. Genau. Was anderes akzeptiere ich nicht als Fake. Das ist eine Frechheit. Da habe ich schon Leute gesehen, die heißen Schilling-Fan irgendwie. Und dann haben sie falsche Augen. Ich denke mir, what the... Kann man nicht machen. Wenn man mich faken möchte, dann bitte richtig. So, hier war eine Quest fertig, habe ich gesehen. Und ich kann sogar... Jawohl, da muss ich aber ein Item holen. Ich kann sogar spülen. Da kaufe ich jetzt irgendetwas Billiges. Jo. Herr da. Denn ich brauche doch 25 Mana. Ein normales Item gibt 25. Ein Epic gibt 50. Und ein Trank gibt nur 10 oder so. Aber die sollte man da gar nicht reinschmeißen. So. Und immer wenn Spülung kommt oder irgendwie so. Oder ich weiß, ich schaffe heute einen Dungeon. Und das wird dann sehr selten nur vorkommen. Dann mache ich vielleicht die Facecam rein. Ansonsten muss man das nicht immer machen. Vor allem, ich kann das auch ein bisschen erklären. Das ist jetzt das zweite Video hintereinander direkt. Das ist schon ein Aufwand, das alles aufzubauen. Die Webcam herzurichten. Die... Belichtung hier. Die Webcam-Einstellungen spacken immer rum. Und es dauert auch länger beim Rendern und das alles. Also es ist auf jeden Fall ein bisschen mehr Aufwand. Und da habe ich lieber zwei Videos mehr als eines mit Webcam. Sage ich jetzt mal. Aber ab und zu als Special. Wie gesagt. Nur bitte nicht immer erwarten. Ich muss mir irgendeinen Song überlegen. Ich habe so viel schon in Planung. Aber ich bin mir noch nicht sicher. Ich schwanke. Aber ich sage einfach mal. Mitsubishi. Das versteht man jetzt überhaupt nicht, wenn man nicht ich ist. Ähm. Ich mache dir... Ja. Das sind die Items, die ich am allermeisten hasse. Das sind sogenannte Glücks-Epics. Und die sind Schrott hoch 10. Also ja. Die trägt man im Prinzip kaum. Vielleicht am Anfang, wenn man nichts anderes findet im Dungeon. Aber... So viel Glück braucht kein Mensch. Braucht man einfach nicht. Aber vielleicht eventuell ein Begleiter. Aber denke ich auch nicht. Nö. Hello Kitty Puppe. Oh. Avery Levine lässt grüßen. Mit ihrem Shitstorm. Egal hier. Du bekommst das jetzt. Hast du Pech gehabt? Weil ich brauche... Das ist praktisch wie ein zweites Inventar. Denn die Epics brauche ich fürs Klo zum hineinschmeißen. Den Trank könnte ich nehmen. Den anderen weiß ich nicht. Wie gesagt. Der. Da warte ich auf eine Pilzaktion. Gibt es ab und zu zu Feiertagen und so. Plus 25%. Dann hole ich die fette Ladung. Und die muss dann reichen. Und bei den anderen. Das war früher ein Fehler. Ich habe das zu sehr aufgeteilt. Überall hier. Bisschen da. Bisschen dort. Nö. 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 Und der muss irgendwann das gesamte Spiel schaffen. Und das wird er auch. Jo. Der. Da mache ich eigentlich nur so 100... 120 Alu. Weil das erste Bier ist gratis. Aber nicht umsonst. Genau. Und bei dem also die Tränke passen im Prinzip. Ich weiß nicht ob ich den holen soll. Da spare ich die Pilze vielleicht doch lieber für Dungeon Versuche oder Alu oder... Ja. Aber da bin ich auf jeden Fall offen für Feedback. Von daher... Das musste ich ja nicht alleine entscheiden. So. Dann hier. Nö. Da konnte ich nicht spülen. So. Dann wollte ich noch den Einser ein bisschen herzeigen. Das breche ich mal ab. Also. Warum mache ich den? Ich habe... Meine Rekord... Das waren so Level 10er oder so. Habe ich geschafft. Hm. Und das mit Level 1 macht schon Fun. Muss man sagen. Hier habe ich einen... Oh. Der hat ein bisschen zu viel. Moment. Ich habe mir einen gemerkt. Den habe ich immer abgefarmt. Stylo. Genau. Ein Stufe 7er. Magier. Und den greife ich jetzt an. Das ist Stufe 1er. Mal schauen. Level 1 in your face. In your face mit Level 1. In your face mit Level 1. Ja. Macht schon Bock irgendwie. Macht auf jeden Fall Bock. Und da vor allem, wenn ein Gold-Event ist. Oha. Das geht ab. Das geht ab. Jo. Also. Bei dem. Tödlich so. Vor mich hin. Da könnten ein paar Leute rein in die Gilde. Das müsste man vielleicht auch mal ausbauen. Dann in der Festung. Also. Wenn es da einen High-Level gibt. Der mal kurz Gold spenden möchte. Bekommt er einen fetten Shoutout. Und ansonsten. Nur Level 1. Einfach Leute, die Bock drauf haben. Auch sowas zu machen. Es gibt sogar. Irgendwo gibt es so eine Level 1er Gilde. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt finden werde. Aber das haben schon einige Leute gemacht. So wie ich auch. Also ich habe das nicht erfunden. Keineswegs. Aber genau. Das machen viele einfach so aus Fun. Auf einem anderen Server irgendwie. Hm. Finde ich jetzt nicht. Oder sind die weiter oben? Egal. 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 Ikea. Egal. Ist dir vollkommen egal. Bitte stopp sagen. Wenn jemand einen einen. So sieht da war einer. Oder war das ich? Ah. Ah. What's get up? What's get up? Hm. Ah. Wie hießen die? Ist die Gilde nicht Level 1 oder so? Hm. Hm. Ah. Oder so. Ich weiß es nicht. Ich werde sie nie wieder finden. Nie werde ich sie finden. Vollkommen egal. Vielleicht werde ich sie finden noch. Vielleicht schickt mir jemand eine Post und sagt. Hey. Yo. Ich bin Level 1er. Einfach so. Genau. Post. Nächstes Thema. Post. Hauptsächlich Server 14 bitte. Auf den anderen. werde ich. Ich kann nicht auf allen Servern Post lesen. Aber auf dem werde ich immer vorbereiten. Da lese ich mir mal durch vielleicht. Okay. Der hat das geschrieben. Der hat das geschrieben. Das kommt ins Video. Das andere wird gelöscht. Und dann lese ich das in der Aufnahme vor. Und beantworte es. Wenn es was interessantes war. Oder eben. Wenn es eine Frage von mir gestellt war. Dann. Ja. Genau. So werde ich das machen. Hallo. Für heute sowieso gleich durch. Also hier. Wie gesagt. Ich schaffe. Hm. Ich schaffe die Alu. Ich wollte das nur als Test. Wenn ich gesehen hätte. Oh. Überhaupt kein Bock irgendwie. Und so. Aber ich. Das ist schon der zweite Greif hier mittlerweile. Und genau. Der hält immer 14 Tage. Und da habe ich es durchgezogen. Ja. Hab auch. Einiges wieder geschafft. Und genau. Jetzt kann ich sogar. Mal meine Begleiter hochleveln. Hm. So. Maximal immer auf sein eigenes Level. So hoch kann man das machen. Der magische Mark Ward. Bekommt auch. Dann steigen die Skills immer schön an. Das ist praktisch. Und wenn man hier in diesem besagten Turm. Eine Etage schafft. Dann erhält man einen Gold Boost. Von einem Prozent. Ja. Genau. So. Ich probiere es nochmal. Einfach so. Ob das jetzt was gebracht hat. Mit den Level Ups. Müsste schon. Bisschen was. Nicht allzu viel. Das ist ein Stärkegegner. Das heißt. Ja. Da haben die Magier nicht so. Die Schnitte dagegen. Aber vor allem. Die Dungeons sind immer Glückssachen. Muss man einfach einmal in der Stunde die Versuche machen. Hat man 10 am Tag. Sag ich jetzt mal. Und irgendwann fallen die dann. Aber da kommt es drauf an. Krieger können blocken. Kundis können ausweichen. Magier hauen fette Krits raus. Und mal hat man Glück. Mal hat man Pech. Mal hat man Gandhi. Mal läuft so. Mal läuft so. Das ist jetzt eher. nicht so Knorke. Aber wie schon erwähnt. Alle diese Items könnten so gut sein wie das. 436 im Vergleich zu 388. Das ist eine Hausnummer. Das mal 8. Beziehungsweise 9. Und noch bei den Begleitern. Und noch dazu. Das muss ich jetzt machen. Jetzt starte ich ja wieder durch. Muss ich hier. Und sowieso. Die Tränke stapeln sich sogar. Das heißt. Ich kann hier sehen. Wie lange der noch hält. Und genau. Das heißt. Ich kann da drüber stapeln. Und drüber stapeln. Und habe dann bis zum Jahr 2037. Die Tränke. Ja. Genau. So. 12 Alu noch. Diese Quests. Es ist zum Weinen. Zum Weinen ist das. So. Und dann muss ich noch. Was noch ansteht. Das werde ich mal in einem gesamten Video machen. Mein Sammelalbum. Fertig pushen. Denn das gibt einen Boost auf XP. Maximal wird immer aufgerundet. Also jetzt hier hätte ich 97. Maximal 100%. Und da fehlen mir noch ein paar Items hier. Das kauft man in der Taverne. Also im Zauberladen. Und dann. Ab Level 10. Ja. Ich denke. Ich denke. Das ist der Fehler. Wer war das? Irgendein Fußballer hat gesagt. Da habe ich gemacht. Was in meinem Kopf drin war. Das war der Fehler. Ja. Wenn er das sagt. So. Und wenn ich jetzt jemanden angreife. Hier. Ähm. Den zum Beispiel. Und ich gewinne. Mit etwas Glück sollte ich gewinnen. Dann bekomme ich diese ganzen Items für mein Sammelalbum gut geschrieben. Die Sache ist nur. Diese gibt es in tausend verschiedenen Farben. Und da muss man ganz genau schauen. Hier. Gibt es nur kleine Unterschiede. Und da fehlen mir noch ein paar. Also ich könnte da auf jeden Fall noch. 2% rausholen. Sage ich jetzt mal. Oder 1-2%. Weil. Es zählen auch die Raids. 50 gibt es. In der Gilde. Und ja. Da sind wir erst bei 23. Wie gesagt. Wenn wir 30 erreichen. Bin ich happy. Ansonsten. Werde ich. Das kann ich. Ganz ehrlich sagen. Wenn wir es nicht annähernd zu 30 Raids schaffen. Werde ich mich auf jeden Fall irgendwo bewerben. Denn es gibt schon einige Gilden. Die auch jetzt noch aktiv sind. Hier sieht man. Die haben fast alle 50. Das ist das Maximum. Und ja. Da würde ich. Hoffentlich irgendwo Unterkunft finden. Aber ansonsten. Ich möchte es auf jeden Fall nochmal versuchen. Und auch die ganzen Raids ansehen. Das ist ja der große Spaß. Hier in dem Game. Ja. Ich greife übrigens. Hier gleich den Haufen an. Das sollten wir schaffen. Angriff durch Spiele. Trend. Wie das klingt. Durch mich. Wurde dieser Angriff gestartet. Ich bin der Schuldige. Oh. Noch ein Pilz. Das ist schön. Seit der Hexe findet man so viele Pilze. Das heißt. Man kann auch als Non-Pilzer sehr viel Alu spielen. Ich sehe gerade. Ich habe bei dem nicht mal noch verzaubert. Bei dem Charakter schon. Aber wie gesagt. Ich war mir noch nicht so sicher. Was soll ich mit denen hier machen überhaupt. So. Genau. Kann ich mal ein bisschen verzaubern. Ja. Ist nicht so teuer. Schwuppsi wupps. Immer das Item was ausgerüstet ist. Wird verzaubert. Wenn ich jetzt die Schuhe haben möchte. Muss ich die umrüsten. Und dann erneut verzaubern. So. Sieht es aus im Schneckenhaus. Und. Genau. Ich muss jetzt noch kurz überlegen. Wollte ich jetzt allgemein irgendetwas loswerden. Ich muss erst mal schauen. Überhaupt wie das ankommt. Ob jemand Vorschläge hat. Und solche Dinge. Ich verskill das mal lieber. Glück. Das ist zwar 50%. Aber das ist auch die Sache. Gegen Level 1er. Aber wenn ich jetzt ein Level 10er angreife. Dann ist die Formel natürlich ein bisschen anders. So. Deshalb. Jo. Das mal dazu. Hm. Dungeons. Ich kann leider nichts schaffen jetzt. Aktuell. Ich muss noch. Ich muss ein Epic Event abwarten. Mich neu ausrüsten. Und dann. Oh. Dann geht die Luzi ab. Dann geht die Luzi ab. Ich kann mit denen noch was probieren. Wer sich wundert am Anfang. Kann man das noch nicht parallel machen. Dungeon Taverne. Und Dungeon Arena. Da findet man später dann Spiegelteile. Wenn man alle hat. Die zieht man auf sein Charakterbildchen. Und danach kann man mehr Sachen gleichzeitig machen. So. Die Hölle. Die Hölle. 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 Das ist Wahnsinn. Warum schickst du den Daniel in die Hölle? So heiße ich übrigens. Genau. Aber mein Name ist leider immer weg. Läuft bei Schilling. Was ist da los? Seelenklumpen. Ja. Ich hätte nicht. Ich kann mich nicht mehr so erinnern. Habe ich. Ist das so. Ah. Das sind sehr viele Erfahrungspunkte. Ja. Merkt man. Level up. Sammelalbum hüpft. Oh mein Gott. Ah. Da muss ich ja fast weinen. Boah. Bei dem war ich faul. Es tut mir echt leid. Der war. Das war immer nur so ein 100 Alu Charakter. Und den habe ich so vor mich hingedödelt. Ja. Die anderen. Das waren meine wichtigsten. Da war ich auch in der Gilde. Da bin ich. Ich habe irgendwas angenommen. Wegen Boni jetzt erstmal. Ich egoist. Ich. Aber mit dem war ich. Da habe ich fast nie Alu verpasst. War ich in der Platz 1 Gilde. Und. Ja. Aber der war eher so. Ja. Bisschen hier. Dass ich einen Krieger auch mal habe. Aber. Ich werde. Da werde ich kein Geld mehr ausgeben. Oha. Und dann noch die Gespendeten. Oh. Oh. Ui. Das habe ich ja gar niemandem zeigen. Oha. Oha. Ähm. Genau. Ähm. Das Item war aber jetzt nicht in der Übersicht. Was war das? Was war das? Wollte nicht laden. Bin laden. Okay. So. Dann. Ja. Ein Dungeon wäre geschafft. Ich probiere einfach mal so den nächsten. Aber wie gesagt. Die Pilze muss ich hier sparen. Die möchte ich eher. Mit Bedacht einsetzen. Aber ich sage mal. Wenn der irgendwann 300 kommt. Würde ich mich auch freuen. Aber blättern. Wird da nicht passieren. Und auch sonst. Eher weniger Stärke. Oha Mann. Oha. Ja. Ich könnte sogar skillen. Wenn ich mir das Gold nicht aufhebe. Für das Epic Event. Von daher. Könnte ich machen. Oha. Das könnte was werden. Komm. Mach paar Krits. Bisschen blocken. Geht schon. Geht schon. Auf geht's. Bursche. 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 Du bist nicht alleine. Dir sehen ein paar Leute zu. Bitte. Du geh mal wieder zu Diablo 3. Oder so. Reap of Souls. Musst du nicht irgendjemandem auf die Fresse hauen? Komm. Gib ihm. Gib ihm. Ah. Da blockt er. Dumm. Ich darf nicht schimpfen. Ich darf nicht schimpfen. Ich darf nicht schimpfen. Ich weiß. Ich muss noch. Ich muss mir noch abchecken hier. Wie viele Pilze ich da ausgeben soll. Also. Kaufen werde ich keine. Aber ich meine. Wie ich die einsetzen soll. Aber ansonsten in jedem Video. Ein Versuch. Irgendwann. Liegt der mal auch. So. Und da könnte ich auch. Ich habe zwar keine Tränke. Aber ich kann es einfach nur zeigen. Der ist unbesiegbar. Ich bin bei dem selben Dungeon. Wie beim Magier. Und ja. Ohne Tränke. Läuft da gar nichts. Der zeigt mir den. 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 Den Stinkefinger. Ja. Genau. Genau. Ich müsste mir sogar hier. Aber. Ein anderes Reitier. Ich weiß es nicht. Und das habe ich nicht gekauft. Wenn ich das einmal lese. Oh. Schilling. Du hast den Goldbrammen gekauft. Würde ich niemals machen. Würde ich niemals machen. Ja. Kann ich hier noch einen Angriff. Ja. Kann ich. Ja. Breche ich mal schnell ab. Äh. Ich muss wieder. Jemanden abfarmen. So. Hast du eine Goldmünze für mich. Gibst du mir die Goldmünze. Jo. Da gibt er mir. Ja. Jetzt hat er nicht mehr allzu viel. Jetzt habe ich ihn schon des Todes gefarmt. Aber. Ich merke ihn mir. Stylo. Stylo. Ich schreibe mir den einfach auf. Nein. Hab keinen Platz mehr. Egal. Regal. Okay. Ja. Und das war es mal wieder. Es passiert gar nichts. Aber irgendwie vergeht die Zeit trotzdem. Also. Raids werden anstehen. Gildenkämpfe werden anstehen. Dungeons. Tränkige Blätter. Epic Events. Post vorlesen. Also bitte schöne Dinge schreiben. Ich werde hier immer sorgen. Dass da Platz ist. Dafür werde ich sorgen. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Okay. Und. Dann würde ich sagen. Ja. Geht es einfach. Ein. Und. Eiks. Mal weiter. Shakespeare. 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 Shakespeare.